Hallo Leute, heute schauen wir uns Anbieter an, wo man kostenlose SIM-Karten bekommen kann, die ich auch selbst nutze. Ja, bereits vor ein paar Wochen habe ich euch eine Möglichkeit vorgestellt, wie ihr mit eurem Smartphone Geld verdienen könnt. Daraufhin haben mich viele Leute gefragt, welche SIM-Karten ich denn in den Smartphones verwende, um dann damit Geld zu verdienen und heute bekommt ihr die Antwort als Video. Kurz nochmal zur Erinnerung, worum ging es bei der App? Bei der App erhaltet ihr Testnachrichten, für die ihr dann bezahlt werdet und natürlich braucht ihr dafür eine SIM-Karte, um SMSen empfangen zu können. Um das nicht auf dem Haupt-Smartphone zu machen, mit der Nummer, die man tagtäglich benutzt, war die Idee, dass man sich dafür eben extra SIM-Karten holt, die natürlich möglichst kostenlos sein müssen. Andererseits hatte man sogar für den Versand von SMSen Geld bekommen, meist so 25 Cent. Und auch das könnte interessant sein, wenn man natürlich weniger für eine SMS bezahlt als 25 Cent, hat man ja praktisch damit Plus gemacht. Und deswegen gucken wir uns heute die verschiedenen SIM-Karten an. Ja, wir schauen uns heute fünf verschiedene Anbieter an. Warum zeige ich überhaupt fünf verschiedene Anbieter? Naja, wir müssen das Ganze auch diversifizieren, weil unterschiedliche Netze werden dann auch unterschiedlich genutzt. Das heißt, wenn wir alle SIM-Karten in einem Netz kaufen, dann kriegen wir möglicherweise zum selben Zeitpunkt bei allen weniger SMSen, weil die Netze natürlich auch unterschiedlich getestet werden. Und deswegen macht es Sinn, damit wir immer so ein Durchschnittseinkommen haben, dass wir auch verschiedenste Netze, verschiedenste Anbieter nutzen. Und deswegen habe ich hier fünf verschiedene Anbieter. Aber starten wir mal bei dem ersten. Das ist ein sehr bekannter Anbieter, nämlich Vodafone. Und hier gibt es auch noch eine komplett kostenlose SIM-Karte, wo man nicht dazu gezwungen ist, dass man jetzt hier einen Datentarif abschließen muss, sondern hier gibt es tatsächlich 0 Gigabyte. Wir brauchen hier kein Geld für zu bezahlen zur kostenlosen SIM-Karte. Also die kostet wirklich nichts. Für eine SMS zahlt man dann 9 Cent, falls man mal eine SMS raussenden möchte über die App zum Beispiel. Also wenn wir dann 25 Cent bekommen, 9 Cent bezahlen, haben wir da an der Stelle sogar noch Plus gemacht. Natürlich ohne Grundgebühren. Das heißt, man zahlt im Monat kein Geld dafür. Man kann sich die also einfach bestellen, ins Smartphone reinmachen und von Tag 1 an ja damit quasi Gewinn erwirtschaften. Ein kleines Aber gibt es an der Stelle aber noch. Und zwar bei den meisten dieser Apps muss man erstmal eine Testnachricht versenden, um zu zeigen, dass es sich hier um eine wirkliche SIM-Karte handelt, damit die das prüfen können. Und dafür brauchen wir ein kleines Startguthaben. Hier würde man das Startguthaben sogar bei Rufnummer Mitnahme bekommen. Also wenn ihr noch irgendwo eine andere alte SIM-Karte rumliegen habt, könnt ihr die Rufnummer mitnehmen. Habt dann 10 Euro und könnt hier wirklich komplett gratis starten. Ansonsten müsste man sich eventuell die Karte nochmal mit ein paar Euro aufladen und dann könnte man diese dann dafür benutzen. Ich persönlich habe mehrere SIM-Karten von dem Anbieter. Teilweise von Vodafone direkt, teilweise von Drittanbietern und ja, da kommen auch Test-SMSen. Also deswegen kann ich sagen, Vodafone kann man auf jeden Fall dafür verwenden. Ja, kommen wir zum nächsten Anbieter. Auch ein sehr bekannter Anbieter. Hier geht es um O2 und auch hier gibt es eine komplette Freikarte, die ihr also nicht bezahlen müsst. Das Ganze kann man hier gratis bestellen. Es gibt keine Grundgebühr, müssen wir da kein Geld aufladen, keine Versandkosten und nichts. Wir können die uns also komplett kostenlos bestellen. Haben auch hier die bekannten 9 Cent pro SMS bzw. Minute, die wir bezahlen müssen. Also preislich macht das keinen Unterschied. Wir machen jetzt bei O2 nicht mehr Marge, sage ich mal, mit einer versendeten SMS, wenn wir 25 Cent bekommen, weil wir bei beiden Anbietern 9 Cent bezahlen. Und 9 Cent ist auch so der übliche Standard. Ich habe bisher keinen Anbieter gefunden, der günstiger war, es sei denn, man hat natürlich direkt eine Flatrate. Aber da muss man natürlich wieder monatlich bezahlen. Aber auch hier O2 kann man auf jeden Fall nutzen. Ich habe hier nichts zu irgendeiner Aktion gelesen, dass man hier bei Rufnummer, Mitnahme vielleicht nochmal einen 10er bekommt oder so. Kann aber sein, dass sie es trotzdem anbieten. Aber jedenfalls ist auch hier diese Karte komplett kostenlos. Kommen wir zum nächsten Anbieter. Und das ist ein relativ besonderer Anbieter, muss man sagen, den ich auch außerhalb von meinem YouTube-Kanal ganz gut empfehlen kann. Hier geht es nämlich um Netzclub. Und das besondere an Netzclub ist, dass man hier für 0 Euro pro Monat tatsächlich eine Internet-Flatrate mit 200 Megabyte bekommt. Also keine Kosten und man hat trotzdem von unterwegs aus Internet. Natürlich sind 200 Megabyte quasi nichts. Allerdings ist es so, dass man durchaus auch nach den verbrauchten 200 Megabyte das Internet noch nutzen kann. Damit noch die ein oder andere WhatsApp hin und her schicken kann. Hier sind wir auch übrigens wieder bei den 9 Cent pro Minute bzw. SMS. Der Anbieter unterscheidet sich hier also auch nicht. Die SIM-Karte ist auch wieder komplett kostenlos. Wir können die uns kostenlos zusenden lassen und müssen die, wenn sie dann angekommen ist, natürlich noch aktivieren. Das gilt auch für alle Anbieter, alle anderen Anbieter selbstverständlich. Aber auch hier haben wir die Möglichkeit erstmal kostenlos an die SIM-Karte zu kommen. Müssen die dann wieder mit 1, 2 Euro aufladen, je nachdem was hier der niedrigste Betrag ist. Und können dann diese App entsprechend einrichten und ab dann damit schlussendlich Geld verdienen. Ja, das waren jetzt soweit die drei Anbieter, wo man wirklich komplett gar nichts bezahlen muss, um erstmal an die SIM-Karte zu kommen. Wir kommen jetzt aber nochmal zu zwei anderen Anbietern, wo man relativ günstig drankommt und auch relativ günstige Flatrates dann am Ende bekommt. Ob sich das lohnt, ist dann nochmal eine andere Frage. Es gibt aber auch noch einen anderen Hintergrund, warum ich die zeige. Aber dazu komme ich später nochmal ganz kurz zu sprechen. Ja, also zum nächsten Anbieter, das ist Leberrand. Da ist es so, da bekommen wir eine Flatrate mit 5 GB für 5 Euro pro Monat. Haben hier dann die SMS-Flat mit dabei. Und haben sogar noch 50 Minuten in 50 Länder, die man vielleicht auch nochmal für einen anderen Anbieter verwenden kann. Aber dazu vielleicht nochmal in einem anderen Video mehr. Jedenfalls ist hier die SMS-Flatrate mit drin. Also man könnte diesen Tarif zum Beispiel auch einen Monat nutzen, um die ganzen Aktivierungs-SMSen zu versenden. Vielleicht auch um den einen oder anderen Euro schon mal mit dem Versenden von SMSen zu ergattern. Danach könnte man das Ganze auch wieder kündigen und auch kostenlos benutzen. Immerhin ist das eine normale Prepaid-SIM-Karte. Wenn die nicht aufgeladen wird, dann funktioniert halt im Prinzip der Tarif einfach nicht mehr. Aber man kann meistens noch eine Zeit lang die SIM-Karte weiter nutzen und dann auch dementsprechend für den Zweck weiter nutzen. Aber hier für 5 Euro, das ist das Günstigste, was ich so gefunden habe, wenn man denn eine SMS-Flatrate haben möchte. Und auch bei dem nächsten Anbieter geht es um die magischen 5 Euro. Hier hätte man dann auch wieder diese SMS-Flatrate mit drin. Hat da noch eine Internet-Flatrate mit drin. Beim anderen Anbieter dann natürlich auch. Landet auch bei 5 Euro und müsste dann hier auch entsprechend 10 Euro für bezahlen. Warum ich den Anbieter trotzdem mit reingenommen habe, also Kongstar. Einerseits ist es so, dass wir eine sehr günstige SMS-Flatrate hier auch bekommen. Insgesamt dafür die 5 Euro. Die Internet-Flatrate kann man hier leider nicht abhaken. Also ist die eh immer mit drin. Damit landen wir wirklich bei den 5 Euro wie auch bei Lebera. Allerdings Kongstar ist auch noch interessant, weil es nochmal ein anderes Netz ist. Nämlich das Telekom-Netz. Und das hatten wir bisher jetzt noch bei keinem der anderen Anbieter mit drin. Bei den 2, ja, Drittanbietern war es so, dass die auf das O2-Netz setzen. Und damit quasi wie O2 behandelt werden, was diese Anbieter angeht. Und hier haben wir eben nochmal ein komplett anderes Netz. Also wie ich anfangs erwähnt habe, im Sinne der Diversifikation. Macht es auf jeden Fall Sinn, hier auch alle 3 Netze abzudecken, wenn wir das Ganze ein bisschen skalieren wollen. So, das waren jetzt die 5 Anbieter, die ich euch empfehlen kann. Natürlich ist es bei keinem der Anbieter möglich, komplett kostenlos zu beginnen. Weil man eben, ja, zwar die SIM-Karte kostenlos bekommt. Aber eben für diese erste Aktivierungs-SMS immer mal wenigstens 9 Cent bezahlen muss. Da muss man ja deswegen noch die Karte mit dem absoluten Minimum aufladen, damit das dann letztlich funktioniert. Aber wenn man das dann einmal hat, ja, dann ist es eine sehr, sehr günstige Möglichkeit, in das Ganze einzusteigen. Was dabei rumkommen kann, habe ich euch ja in einem Video schon gezeigt. Ich packe euch das nochmal in die Infokarte und auch nochmal ein anderes Video in die Infokarte. Ja, wozu ihr vielleicht die SMS-Flatrate benötigen könntet. Allerdings, da sei noch zugesagt, die meisten Anbieter, wenn nicht sogar alle Anbieter, die Flatrates anbieten, haben eine sogenannte Fair-Use-Policy. Das heißt, sie dürft es mit den SMSen immer nicht übertreiben. Bei jedem Anbieter kann sich das ganz minimal unterscheiden. Also müsst ihr da wirklich euch am besten mal die AGBs zu durchlesen, was euch erlaubt ist, mit der Flatrate zu machen und was nicht. Und da kann es durchaus sein, dass der ein oder andere Zweck dafür rausfällt und dass ihr es deswegen vielleicht für den Anbieter gar nicht nutzen könnt. Aber wenn ihr für die SMS wirklich die 9 Cent bezahlt, dann ist es ja okay, dann können sie euch ja nicht einschränken. Ihr habt ja für diese SMS schlussendlich auch bezahlt. Ein kurzer Hinweis noch von mir zu dem letzten Video, was ich euch auch in die Infokarte und in den angepinnten Kommentar packe und in die Videobeschreibung. Ja, dieser Code, den ich da letztes Mal gegeben habe, damit ihr 50 Cent Startguthaben bekommt, ja, der hatte ja damals nicht so wirklich funktioniert. Mittlerweile geht er und er geht auch noch im Nachhinein. Also für alle, die sich da schon die App runtergeladen haben, wo das mit dem Code nicht geklappt hat, ihr könnt euch jetzt noch die 50 Cent abholen. Ich packe euch den Code auch gerne nochmal hier in die Videobeschreibung. Ja, falls ihr daran Interesse habt, dann teilt mir natürlich auch gerne mit, ob ihr ja noch mehr Anbieter sehen wollt. Einerseits natürlich, was die SIM-Kartengeschichte angeht. Andererseits natürlich, was das Verdienen mit den SIM-Karten angeht. Schreibt es mir unbedingt in die Kommentare, damit ich weiß, ihr habt daran Interesse oder eben auch nicht. Und natürlich wie immer, zeigt es mir mit einem Daumen nach oben. Natürlich packe ich euch auch die Links der ganzen Anbieter mit in die Videobeschreibung und den angepinnten Kommentar, dass ihr direkt auf die Seiten findet und ihr natürlich damit auch mein Projekt bzw. den Kanal unterstützen könnt. Ja, was auch noch für eine Frage aufgetreten ist, beim letzten Video war, welche Smartphones kannst du eigentlich empfehlen? Wenn euch das Thema noch interessiert, schreibt es auch gerne nochmal rein. und dann weiß ich, ich muss nochmal ein gesondertes Video zum Thema empfehlenswertes Smartphones in Kombination eben mit passiven Einkommen machen, mit den SIM-Karten und so weiter. Lasst es mich gerne einfach mal wissen. Ja Leute, das war es heute mit dem Video für diesen Samstag. Hat mich gefreut, dass ihr wieder mal zugesehen habt. Wie gesagt, lasst mir gerne noch eure Meinung zu dem Video und auch zu den Fragen, die ich gestellt habe. Lasst es mich gerne nochmal in den Kommentaren wissen. Ich freue mich natürlich wie immer auch über euren Daumen nach oben. Danke an alle, die das immer so fleißig machen. Und wenn ihr neu auf dem Kanal seid, vergesst nicht auf den Abonnieren-Button daneben auf die Glocke zu drücken und natürlich auch die Videos in der Infokarte nochmal abzuchecken, falls ihr jetzt neu in dem Thema seid bzw. das davor einfach verpasst habt. Ja, ansonsten denkt wie immer auch an die Jumpcoin-Aktion. Ich wünsche euch jetzt erstmal einen wunderschönen Samstag und würde sagen, wir sehen uns morgen um 18 Uhr wieder. Also macht's gut Leute, bis dahin und ciao! Bis zum nächsten Mal.